Cut my life into pieces Warte! Der folgende Trailer enthält wichtige Informationen über den Checkers-Armen. Das Programm bei Checkers wird von den Schienen-Profis geleitet. Deren Nachahmung ist allerdings dringender Wunsch. Hier ist das zweite deutsche Checkers mit den RORA Tagesnachrichten. Der Schnee bringt uns noch um. Meter hoher Schnee auf unseren Straßen. Die Räumungsdienste kommen einfach nicht mehr hinterher. Wir wissen schon alle nicht mehr, was wir machen sollen. Entschuldigung. Da bekomme ich gerade noch eine neue Nachricht. Und zwar am 17.04. ist ein neuer Jackis dieses Jahr. Ich darf Sie alle recht herzlich dazu einladen. Und zwar findet er im RORA Gemeinschaftshaus des württembergischen Brüderbunds statt. Und zwar in der Gerdringer Straße 31. Einlass ist um 19 Uhr. Und alle sind eingeladen, die sich jung fühlen und jung sind. Und wir sehen uns da. Bis bald! Ist euch Samstagabend auch immer so langweilig wie den da? Und ihr fangt schon an zu häkeln und zu stricken? Wenn ja, dann kommt einfach zum nächsten Jackass. Und wir sehen uns da. Wir sehen uns dann bei Spielspaß und Spannung.